Okay. Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Oh, Mann. Ah! Halt die Klappe. Stirb! So, wo ist der Nächste? Oh. Ja, bei dir warte ich jetzt, bis noch einer kommt. Kommt noch einer. Oh, bringt nix. Arm ab. Du darfst mir nicht zu neu kommen. Oh, komm! Oh! Andere Arm. Andere! Andere Arm, hab ich gesagt. Ah! Ah! Was? Du lebst noch. Die Schnauze. Oh. Na, du Scheiße! Ah, komm schon. Ah, endlich. Oh, ehrlich. Oh, holy shit. Holy... Nein, roll dich weg. Roll dich weg. Scheiß aufs Gepäck. Oh, ich hab' das. Renn! Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Die Szene war arschgeil. Ey, du sollst kaputt gehen. Ja, genau. Burn, burn, burn. The ring of fire. Da, da, da. Komm da vor. Eh, ja. Danke. So. Nein, das ist langweilig. Nein, da waren noch solche Zacken-Dinger. Boah. Ha, ha, ha. Gut, ähm, ich weiß gar nicht, wo, da muss ich eigentlich. Gibt's da nicht Tasten für? Warte mal kurz. Da gibt's doch Tasten für, die mir den Weg zeigen, oder? Äh, Controls. Change. Ja, da gibt's doch. Basic. Aha, okay. Active is I. Rig is TAP. Ne, das ist mein Inventar, glaub ich. Sprinten ist Shift. Z5 Zero, G L, L, La, La, L B, Z, G jump, äh, fürst, klar. B. Ah, gut. Store, Star, Bench ist auch da, Safe Station auch da. Gott, dann gehen wir in die Richtung. Na, 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 wow. Ach, verdammt. Ich dachte, da wäre jetzt was ganz, ganz verstecktes. Nämlich das. Sehr gut. Credits, credits. Oh, credits. Lauf, lauf, lauf. Lauf, 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 lauf. Das ist doof, wenn ich das Ding jetzt weghau, dann kann ich's nicht mehr benutzen. So, jetzt kommt da einer aus dem Schrank raus. Ich weiß es. So, wegen Kontakt. Nein. Ich will dich mit. Ich will dich irgendwie mal im Kopf raunnen. Dich. Denn es lebt. Denn es bewegt sich. Es lebt. So, speichern. Der dritte ist, der zweite ist der, wo ich beim letzten Mal war, glaube ich, damit ich, falls es gewolltes nochmal von, wo es von da anfangen kann, den Zwischenpark nochmal. Aber ich glaube, ich stoppe jetzt auch hier gleich, weil das war jetzt mal ein cooler Part. Und jetzt kommt wieder nur so ganz normale Standard-Sauks. Oh. Hey, bleib da. Ich möchte mit mir reden. Äh, mehr, dir! Haha. Das war ja geil. Ein von meinen zwei geteilt. Hallo, kommst du? Lappelzug. Wir mögen dich nicht. Ich hätte vorhin schon aufnehmen müssen. Da waren wir mal in so Wohnheimen im Prinzip. Da ging es vielleicht ab. Da hat auch ein kleines Baby geweint. Na, das war nicht schön. Explodiert das Teil? Äh. Ja, genau. Geht einfach durch. Nö. Durchsichtig. Maut kein Mensch. So. Ich hab Angst, wenn die da rein können, dass die da auch rauskommen. Aber was wollte das da drin? Da ist doch gar nichts. Irgendwann ist es nach oben. Nein, auch nicht. Hä? Komisch. Hallo. War ich hier nicht schon mal? Verkaufsmusik. Verkaufsmusik. Oh ja, Techno. Ich hasse Techno. Ihr auch? Ich hasse Techno. Was hab ich gewonnen? Was ist denn das? So ein Schwachsinn. Ah ja. Hauptzug. Äh. Nein. Rollstuhl. Wow. 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 Von wo? Von wo? Von. Was? Was ist denn das alles? Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Oh, Alter. Oh. Ich dachte, ich kann euch mit einem Schlag zerren. Ich hasse kleine Kinder. Ich hasse kleine Kinder. Stirb. Ich hasse dich auch. Ich hasse deine Mutter. Wow. Das war jetzt... Du schon wieder? Ja. Bitte? Oh. Du. Nein. Ich sehe Schäfchen. Das war jetzt... Der hieb sich im Fass. So ein Gewicht. Ich frag mich, wie der überleben kann. Ich mein, ich hab hier schon zu kämpfen wie sonst was. Und der, der... Dem ist alles scheißegal. Oh, Mann, ey. Das ist ja echt krass, mal. Also der Part, der nennt sich Kindergarten-Simulator. Wie man mit kleinen, schreienden Kinderhorten umgeht. Falls man einen Plasma-Kader hat, jedenfalls. Und eine starke Hübsung durchgreifen. Oh, oh, oh. Warum speichere ich jetzt? Das ist eigentlich so ein Fall. Wo, 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 wo. Ähm, wie sieht's eigentlich in meinem Inventar aus? Was hab ich da alles? Mini-Packs, noch drei Stück nur. Ähm. Ja, das ganze Zeugt auch ja hindurch gar nicht, weil ich noch nicht diese Kanone hab, weil ich sie mir nicht gekauft hab. Inventory Fall. Wie viel Kohle haben wir denn? So. Also. Ich weiß nicht, was ist, äh, ist das gut? Die Javelet Gun, Pneumatix, Sparrel Launcher, Electrical Charge. Was ist das? White Beam Slice of Time 1. Can slice many objects at once. Untimed Energy Miner, die so ähnlich wie ein Bioshock. Was ist das? Danger of Implement. Eigentlich könnte ich mir beides leisten. Ich kaufe mir mal das hier. Are you sure? Nein, bin ich nicht, aber ich tue es trotzdem. Ähm, FF. So, kann ich jetzt Waffen wechseln? Weapon Switch. Ich hab nur 5 Schuss von dem Teil. Gut, dann, ähm. Was machen wir jetzt? Inventar. Äh, Line Racks. Charged. Javelin Spare. Gut, dann tun wir die hier mal. Moven, und zwar in den, sind wir jetzt schon in mein Safe gegangen. Ah, sind sie, cool. Gut, dann schau ich mal, ob ihr durchs Chavelin Zeug rumfliegt. Was ist denn das? Javelin Spare, ja, sehr gut. So, wie viel haben wir denn jetzt? Wir haben, das ist nur 5. Äh, wo ein schlechter Scherz. Was kosten Chavelins? Wir, was kosten die denn? 1200 kaufen wir einmal. Jetzt schaue ich mal, wie es in meinem Malta aussieht. 13 Stück. Passt, 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 passt. Have a nice day. Ja, den werde ich auf jeden Fall haben. Ich will zu dem hier. Ah, hier kann ich eins. Das ist... Da voll unlogisch, dass das auf eins ist. Machen wir mal Speichern, ähm... Ja. So. So, so, so. So ist das also. Dann gehen wir mal weiter. Aufzug fahren. Oh, das war toll. Der erste Aufzug war toll. Der King, da ging da so auf. Da kam dann so einer und gesagt, ja, hilf mir, hilf mir. Und von hinten dann... Nein, und... Nicht schon wieder ihr. Wer hat sich denn jetzt schon wieder verheddert? Was ist denn das? Okay. Oh Mann, hör auf damit! So. Lass es. Irgendwo läuft was. All citizens are ordered to evacuate. The looters will be shot on sight. Looters. Alle gehen auf die Looten, das ist doch schlimm. Hey, schieß! Schmuck, 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 schmuck. Schmuck, schmuck, schmuck. Schmuck, schmuck, schmuck. Schmuck, schmuck. Schmuck, schmuck. Schmuck, schmuck. Text. Blah. United. Blah, 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 blah. Ja. Oh, die Titanen, wo der La und Dings... Ähm... Blablabla, da geht's nur, dass sie irgendeinen Planeten ausgebeutet haben. Keine Ahnung. Ist mir jetzt auch eigentlich egal. Oh, warum läuft der jetzt so schnell? Folgen wir den Spuren. Wir sind Pfadfinder. Ein Damenschuh. Der gehört bestimmt... Warte mal, was war das? Dornröschen? Nein, 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 nein. Ich hab's gleich. Ähm... Aschenpuppe, genau. Ja. Die hat da ihren Schuh verloren. Ich mag das nicht. Ich mag das nicht. So gefällst du mir besser. Bin ich gemein. Du... Was steht da? Da steht... Him... Was? Irgendwas mit Him und Prey. Keine Ahnung. War das doof. Manches kann man nicht aufnehmen. Vorhin war auch in so einem Werkzeug... Klar, äh... Ich hab's nicht Werkzeug geschoben, wie ich das da... Konnte ich alles mögliche aufnehmen, nur nicht diese Kreissägenblätter. Und das fand ich total bescheuert. Warum kann man nicht Kreissägenblätter aufnehmen? Das macht doch viel mehr Sinn. Das ist schon wieder... Was steht denn da? Altman's Footsteps. We the children of the Marca. Ich glaub das ist... äh... diese eine Kirche da. Boah, Lichteffekte sind so genial in dem Spiel. Okay. Packen wir Sony. So... Da... Du... 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 Das... Das ist richtig. Da... Ah... Hier oben... Jetzt nochmal wir da hoch. Da... 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 So